ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video für powerpoint 2019 ich mache jetzt ein video wo ich noch mal ganz kurz erkläre wie man mit powerpoint umgeht ich mache auch pausen in dem video so dass er in den pausen des videos stoppen könnt und könnt dann das was er da gesehen habt selber noch mal ausprobieren wenn man powerpoint startet dann kommt man zu dieser oberfläche hier sieht man präsentation die schon mal geöffnet wurden und wir klicken aber hier gleich in den bereichen neu hier gibt es die möglichkeit dass man präsentationsvorlagen eröffnet ich würde euch aber empfehlen dass immer eine leere präsentation aufmacht und als erstes sind design ideen die sind nur in speziellen version von office verfügbar die machen wir gleich mal zu dass ihr dann als erstes auf die registerkarte entwurf geht und dann könnt ihr schauen was ihr für entwurf vorlagen in dem programm drin habt und könnt euch entsprechend eine aussuchen ich nehme mal die hier heißt organisch und das machen wir wieder zu und hier kann ich jetzt in diese titel folie das sind schon textfelder enthalten da brauche ich nur einfach rein klicken und dann kann ich schon anfangen zu schreiben hier habe ich noch ein textfeld damit kann ich sogar dann untertitel vergeben so dann habe ich schon mal die start folie fertig und das könnt ihr jetzt selber ausprobieren so die präsentation besteht ja nicht nur aus einer start folie sondern durch weitere folien da klickt man hier im startbereich unter folien auf neue folie und hier kann man dann folgendes auswählen also einmal hat mir hier die titel folie folie gehabt die brauchen jetzt natürlich nicht mehr und die folge folien würde ich euch die zweite empfehlen da haben wir einen titel und ein inhaltsfeld klickt das mal an so hat es die folie 2 hier mal wieder ein textfeld mit titel hier braucht man nur ein klicken und hier unten ist ein medienfeld wo man die möglichkeit hat text ein so geben oder hier in der mitte entsprechend diese auswahl treffen kann mit tabelle bilder online bilder video kann man einfügen smart art oder ein diagramm wir geben jetzt mal den titel ein so und man sieht hier beim ausfüllen dieses textfeldes das hier automatisch auch schon die aufzählungspunkte entstehen also wenn ich hier nochmal einmal runter schalten würde dann hätte ich hier schon den nächsten aufzählungspunkt wenn ich den nicht haben will dann kann ich hier in die entsprechende zeile gehen und hier bei den absatzformatierungen kann ich auswählen keine dann würden diese punkte hier verschwinden aber ich würde sagen wir lassen sie hier drinnen okay dann probieren wir eine neue folie diesmal verwenden wir mal zwei inhalte hier haben wir nur titelinhalt zwei inhalte hier oben haben wir wieder den titelbereich für die folie und in dieser folie werden jetzt mal bilder einfügen ich gehe mal auf diese seite hier her klick auf die schaltfläche bilder dann geht auch entsprechend der bilder ordner auf und ich kann jetzt hier ein bild auswählen ich mache mal dieses fenster kleiner dass ihr seht wie das aussieht also ich will ein bild aus sagt hier dann einfügen und habe dann entsprechend das bild herren design ideen machen wir wieder zu und auf der seite könnte ich dann zum beispiel schreiben was zu dem bild passt also hier sehen wir einen strand ok so jetzt haben wir drei folien drei powerpoint folien und jetzt können uns zum beispiel mal den folienübergang anschauen dazu haben eine registerkarte übergänge und hier ist wenn uns schon die verschiedenen übergänge ja ist neu angezeigt wenn man die hier entsprechend auswählt dann wird einem das auch in der vorschau angezeigt wie das genau aussieht und man kann sich dann eins auswählen und dann sagen auf alle anwenden und dann braucht man nicht für jede folie sich im übergang überlegen sondern es ist dann praktisch für jede folie dieser übergang teilen dann schon eingestellt man kann jetzt noch auswählen ob der folienübergang beim mausklick erfolgen soll oder da muss man dann wirklich auf jede folie drauf gehen wenn man das nicht haben will wenn die brauche in präsentation von selber ablaufen soll dann muss man das häkchen hier raus nehmen und dann klickt man hier eben entsprechend hin und sagen nach und dann kann man hier so ein zeitindex einstellen so lang wird dann die folie angezeigt bevor sie dann zur nächsten überblendet ich würde aber immer empfehlen das per mausklick einzustellen und weil beim präsentieren kann ja sein dass ich vielleicht bei einer folie eine frage habe und dann kann es nicht sein dass die präsentation im hintergrund weiter läuft also hier das häkchen drin lassen es gibt vereinzelt ausnahmen wo dann selbst ablaufende präsentationen hat wie zum beispiel so ein kleiner werbestand mit einer produktvorstellung da kann die dann von selber durchlaufen und man muss nicht unbedingt jemand daneben hinstellen ja das nächste was ich euch zeigen möchte sind animationen das ist im gegensatz zu den übergängen wo es praktisch um die animation von folie zu folie geht da geht es jetzt darum die elemente innerhalb der folie zu animieren also zum beispiel die überschrift die können wir erscheinen lassen da habe ich dann auch gleich eine 1 drin das ist die erste animation in dieser folie herin ich habe hier auch noch effektoptionen je nachdem was ich hier ausgewählt habe hier sind ja verschiedene möglich also hier zum beispiel bei einfliegen da kommt das ganze von unten bei den effektoptionen habe ich jetzt zum beispiel die richtung von unten ich kann aber auch zum beispiel sagen von links soll das ganze kommen so kann ich hier bei den effektoptionen auch noch ein bisschen einstellungen vornehmen es gibt aber noch weitere ich kann zum beispiel auch hervorhebungen machen also zum beispiel so ein farb impuls da fände ich durch geblinkt oder was haben wir denn noch erhellen da sieht man jetzt nicht viel mal schauen was wir noch haben für farbe das wahrscheinlich eher für objekte rotieren machen wir mal wobei das jetzt schon fast eine nervige animation ist also sowas sollte man eigentlich nicht verwenden ich zeige jetzt nur mal die möglichkeiten die in dem programm möglich sind also jetzt lassen wir mal impuls bei den effektoptionen kann man noch einstellen ob als einzelnes objekt das sind dann praktisch ist dann die ganze reihe animiert oder nach absatz das heißt hier wäre praktisch jedes mal eine zeilenschaltung und dann ist natürlich jede einzelne zeile animiert dann haben wir noch was gehen wir auf die nächste folie ich sage jetzt hier einfach mal wieder einfliegen und zwar von links und dann haben wir hier das bild und das bild da machen wir jetzt mal eine animation verblassen dann verschwindet das bild also das kann man zum beispiel machen am ende einer präsentation wenn man möchte dass da bevor der folienübergang zur nächsten folie geht dass dann die folie sich vielleicht leert dann kann man hier entsprechend elemente verblassen oder man positioniert drunter vielleicht noch ein textfeld und wenn man drüber das bild verblassen lässt dann kommt dann praktisch das textfeld zum vorschein also hier kann man seine kreativität dann freien lauf lassen ja wenn man dann mit der präsentation fertig sind unsere hat jetzt drei folien dann könnte man zum beispiel her gehen und sagen ich möchte die vielleicht drucken da habe ich jetzt verschiedene möglichkeiten kann erstens mal ganze folien drucken was ich aber selten brauche kann es aber auch umstellen dass ich sage nicht ganzseitige folien sondern zum beispiel zwei folien auf einer seite das sieht dann so aus ich habe nur drei folien drum ist der letzte ausdruck halt nur ist nur eine folie drauf kann aber auch zum beispiel sagen drei folien das sieht jetzt dann ganz anders aus das würde sich gut eignen als begleitmaterial wenn man jetzt also ein referat hält den anderen teilt mit dann diese ausdruck heraus die können sich hier entsprechend notizen machen zu jeder folie für sich selber kann man es auch gut verwenden weil man könnte dann hier seine eigenen notizen machen was man hier zur jeweiligen folie dann vorträgt gibt aber noch weitere einstellungen also zum beispiel vier folien sechs folien natürlich keine sechs folien sonst könnte man das sehen wie das das ganze abblatt gefüllt wäre oder dann bei neuen folien da hätte ich praktisch wenn ich neuen folien hätte das ganze blatt voll und hätte aber dann die bilden die einzelnen folien halt recht klein drauf ja das wäre die möglichkeit zum drucken wenn ich das ganze anzeigen will dann klicke ich entweder auf der tastatur auf f5 oder ich klicke hier auf bildschirm präsentation und da habe ich die möglichkeit ab der aktuellen folie zu starten oder vom beginn an und dann kann ich entsprechend die powerpoint präsentation präsentieren ok ja ja da ja ja Vielen Dank.